Bisher waren sich Laura Krüsenzi-Kawasi, 32, und Nazan, Wildan-Zirpan, 30, bei GZSZ-Spinnefeind. Aber könnten die beiden eine Kehrtwende hinlegen und sogar ein Paar werden? Auf diese Frage antwortete Krüsenzi im Sommer auf Instagram. Ich würde es mir wünschen, die beiden wären ein tolles Paar, so die Schauspielerin. Die die Autoren der Soap bereits in Boot holte. Sie und Zirpan hätten schon versucht, diese Idee unterzubringen. Allerdings seien die Drehbuchverantwortlichen noch nicht überzeugt. Vielleicht müssen wir die Idee weiter fruchten lassen. Für sie selbst ist der Fall klar, wie Kloßbrühe an Nessens Stelle würde ich mich für Laura entscheiden, sagt sie. Alle Folgen GZSZ könnt ihr mit einer Woche Vorlauf bei TVNOW sehen. Vielen Dank. Vielen Dank.